hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute spielen wir oder mystery oder mystery mystery ich habe sogar chancen zu werden dann 3 2 1 mit 0,3 prozenten kann doch einfach ein schnitzel leute digga das ist ein schnitzler die zerschnitzel der schnitzel das ist ich bin das ist nicht bedient der ist im haus hier läuft aber mit seinem kackbogen rum mit seinem kackschwert Wir fehlen nicht mehr viel. Sheriff, stirb doch. Alles gut. Niemand ist tot. Ich fähre hier. Oh mein Gott. Deswegen hasse ich... Mann. Mann. Ich sterbe. Egal. Warte, kam mir rein. Oh du. So. Will das auch mal sch... You didn't finish joining. Was haben wir an die? Egal. Ich geh einfach noch mal rein. Nochmal noch rein. Klar. Natürlich habe ich wieder... Ach. Ich hasse diesen... Kacki. Das ist nichts. Ihr hört gar nichts. Ich geh einfach mal rein. Ich geh einfach mal rein. So. Mörder-Mysterie. Bitte. Bitte. Mann. Ich will doch Moda. 1,3% schon. Im Museum. Das wäre krass. Ah, Museum. Oh nee. Scheiße. Warhaus. Aber der eine... Der hat richtig rein geschnitzelt. Der Schimpanse. Okay. Komm. Mit 1,3%. Oh. Please. Please. Ich will gerne... Hilfe. Der Schoraf ist schon tot. Okay. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ist nichts passiert. Ich seh genauso viel wie ihr. Wie euch. Wie ihr. Oh, hier ist eine Leiter. Und hier geh. Das Leben noch 11. Alles gut. Okay. Unter mir ist eine Imposter. Hilfe. Hm. Sprengt. 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 Ey. So ein Kack Steve ist es. Warte kurz. Ey Savi. Sprengt mir doch nicht rein. Oh. Oh. Hade ist ein Steve. Jetzt ist... Guck da läuft der. Einen Einen gibt's mir. Hauhauhauhau. Wir sind durch den Mörder durchgerauschen und ist ein bisschen interface schlecht. Ok. Hast du... gewonnen ein mord 1,5 prozent chance 9 1,4 9,5 ich gehe nur zur sicherheit nein nein Das ist wieder der Pinguin. Geil. Ich hab gar nicht genug. Ey, Junge, wenn du Musch aufschießt, ne? Natürlich nicht. Ist das eine Musch? Aha. Ah, ja. Das war der Schmö-Tief. Schmö-Mäck-Tief. Hey, warum haben die schon Bogenhilfe? Ich find hier noch nicht mal einen Coin. Und noch vier. Was macht ihr? Oh, du. Wer war das? Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Moin, moin, moin. Moin, moin. Der Stern-Gamer. Oh, ja, mein Prozent. Ey, lief, bitte alle. Löscht euch. Bitte. Ich will doch nur einmal Mörder werden. Bitte. 2,4. Okay, ist immerhin ein bisschen was, ne? Oh, nee, das ist eine Schneemap. Na klar. Eine Winter-Map. Oh, nee, das gibt's nicht. Was? Die sind gelieft. Äh, äh. Der Mörder ist gelieft. Das wird immerhin immer besser. Immerhin. Immerhin. 4%. 3,8. So, Engel. Oh, nee, die Mörder ist, ich weiß so dunkel, wie überall ist. Die hätten mal mehr Fackel machen sollen. Was ist das? Sheriff. Allah. Ich klemp jetzt. Ich kann es eigentlich immer sein, dass Gives, also ich hatte ja schon mal, oh ja, mit 0,1 Prozent Chance, den Mörder. Jetzt, Karl, du hast eine wichtige Pflicht. Alle töten. Sonst bist du selbst haupt. Perfekt. Immerhin geben die Munzen Effekte. Scheiße, hier bin doch schon der Mörder, ey. Was finde ich denn hier? Ey, Waller. Geh einfach weg, ja? Geh einfach weg. Ich bin unzufrieden. Ey, da ist doch schon irgendeiner wieder Mörder. Ich riech's. Irgendeiner ist Mörder, ich weiß es. Ich weiß es. So, in meiner Nähe. Ich verschnüffel. Aber am besten nicht in den Tod laufen, ne? Wo ist es? Vollschritt. Ja, wo sind die hier, die Leute? Hey, wir alle sterben. Was, sechs Leben? Oh. Ich hab gewonnen. Ja. Ich muss nichts machen. Oh, Mann. Wer war der Mörder? Och, dann war die das doch. Du lo. Noch eine Runde geht noch rein. 6,8% Chance. Wenn ich jetzt nicht mehr werde, habt ihr Pech. Ich auch, aber... Na, ja. Was soll man machen, ne? Alter, meine Hand tut so weh. Snap, snap. Schnipp, schnipp. Erschieß mich, komm. Schnäff die. Ich will noch eine Hand aufspielen, bitte. Komm. Nein, 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 nein. Komm her. Komm, ich schlag dich. Gib mich doch. Mach doch. Mach doch. Ich will doch. Ich hab ein bisschen schlafen. Oh, das ging schnell. Elf, vier, ach der. Ja, vier. Ey, Mann. Ich will mich doch alle verarschen. Ey, der hat meine Hand. Was ist mit der los? Der hat mega Krampf. Beweg mich nicht. Leute, das hat geklappt. Das hat geklappt. Das hat geklappt. Ich bin doch so schlecht, ne? Ich bin so ein guter Mörder. G-O-H-T. Ich zitter. Ich zitter. Hilfe. Und hinter mir ist wahrscheinlich wieder einer mit einem Bogen. FAHNх. FAHNH! 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 Hmm. das war es mit dem video wenn es euch gefallen hat lasst ein leichter ein abo und schreibt in die kommentare was ich als nächstes machen soll tschau